So, einen haben wir noch hier in Chapter 11. Das ist das Video 72, in dem wir eine weitere Applikation unserer Ternary Search Trials irgendwie genau unter die Lupe nehmen werden. Servus, ich hatte das schon versprochen. Wir hatten schon im letzten Video auf den TST Playground geschaut, aber dort verbirgt sich noch eine dritte Funktionalität, eine Implementation von Type Ahead oder von Search Suggestions, wie wir schon im ersten Video hier im Chapter 11 angesprochen haben, auf der Basis von TSTs. Und weil das eigentlich ganz interessant ist und vielleicht ein paar Minuten mehr für die Erläuterung benötigt, habe ich gedacht, komm, baust du das Video 72 noch in das Chapter 11 hinten dran. Okay, Type Ahead ist ein Feature, das man in Benutzerinterfaces findet, das mir dabei hilft, textuelle Eingaben, die ich so in Dialogboxen oder in String-Eingabe-Boxen, irgendwie zu tätigen habe, in besonders flinke Art und Weise vorzunehmen. Ich muss nämlich nur die ersten paar Zeichen, einen Präfix eines gegebenen Strings irgendwie selber als Benutzer eingeben. Das System ist schlau genug, in einem Dictionary von allen gültigen Eingaben nachzuschlagen, um meinen schon eingegebenen Präfix, um die validen Eingaben automatisch zu verlängern. Normalerweise werden mir dann in so einer Art Dropdown-Box die möglichen Ergänzungen, die Completions meines eingegebenen Präfix irgendwie angezeigt, genau wie das hier bei dieser Google-Suche der Fall war. Ich glaube, das ist genau das entsprechende Beispiel, das ich euch am Anfang des Chapters 11 gezeigt habe. Ich habe hier schon den entsprechenden Präfix T-R-I-E angegeben und in dem Dictionary der Worte, die Google sich gemerkt hat, weil ich sie schon oft gesucht habe auf Google oder weil andere Leute sie sehr, sehr hochfrequent auf Google suchen, in diesem Dictionary von Suchbegriffen werden die Worte herausgesucht, die mit dem Präfix T-R-I-E beginnen. Ihr seht hier Trier und so weiter, Triest, was sich dort alles in dem entsprechenden Google Dictionary findet. Das sind alles Completions des Präfix T-R-I-E. Wie implementiert man so ein UI-Feature, sodass es irgendwie snappy ist und sich irgendwie interaktiv gut verhält? Wie implementiert man das? Und eine Idee, eine Basis für eine Implementation von Type Ahead, das können tatsächlich die TSTs sein. Also wenn hier die Frage gestellt wird auf dieser Slide 15, dann ist meine Antwort darauf, ja, geht. Und wie es geht, das steht auf den Folien 16 und 17. Das ist so ein zweistufiger Prozess. Okay, wie implementiere ich Type Ahead mit TSTs? Okay, in diesem zweistufigen Prozess werde ich mir zuerst natürlich den Präfix, den der Benutzer eingegeben hat, zurzeit schon in der Dialogbox eingegeben, den werde ich mir an der Stelle greifen und ich werde ihn hier auf der Slide und auf der nächsten Slide jeweils S nennen. Das sind die Zeichen, zum Beispiel T-R-I-E, die der Benutzer zu diesem Zeitpunkt schon eingegeben hat. Hier, er besteht aus K-Zeichen, dieser entsprechende Präfix. Wahrscheinlich, im Allgemeinen, wird dieser Präfix noch kein gültiges Wort aus dem Dictionary sein. Ich muss den entsprechenden Präfix noch ergänzen. Wo finde ich die Ergänzungen des Präfixes S zu gültigen Worten, die ich in meinem Dictionary finden kann? Die Antwort darauf gibt diese Slide 16 hier. Um tatsächlich die gültigen Vervollstellungen zu finden, werde ich natürlich ein Dictionary benötigen und ich werde das Dictionary in Form eines TST klein t hier an der Stelle darstellen. Okay, zwei einfache Schritte bereichen. Ich werde diesen TST navigieren und ich werde zur Navigation natürlich die Zeichen des Präfixes S benutzen. Also hier die K-Zeichen zwischen 0,1, C1 und CK-1. Das werden die Zeichen sein, die ich benutze, um von der Wurzel des TST mich zu einem Subtry zu bewegen. Okay, mich zu einem Knoten N innerhalb dieses Tris zu bewegen, der tatsächlich durch die Navigation aller Zeichen hier bis zu dem Zeichen CK-1 erreicht werden kann. Das ist das, was ich hier in dieser Grafik versucht habe darzustellen. Also was ich hier jetzt so umfahre, das ist mein gesamter, mein gesamter TST klein t. Okay, bei der Navigation steige ich oben an der Wurzel ein und werde zuerst das Zeichen C0 zur Navigation benutzen. Werde mich weiter in den TST vorarbeiten, dann das Zeichen C1, C2 und so weiter benutzen, bis ich irgendwann mal das Zeichen, das K-Zeichen CK-1 zur Navigation benutzt habe. Das führt mich hier auf den Knoten N, ein innerer Knoten innerhalb meines Tris T. Okay, unterhalb dieses Knotens N finden sich alle Vervollständigungen des Präfixes, den ich hier von der Wurzel bisher hier verfolgt habe. Das ist genau der Präfix S. Innerhalb dieses Tris finden sich alle Vervollständigungen. Das ist genau die Semantik der Tris, der Middle Tris, wie wir sie genannt haben, in unseren TSTs. Alles klar, ja, darum ist die Frage, Mensch, wie extrahieren wir jetzt alle möglichen Completions für unseren Präfix S aus diesem Try? Ja, wir navigieren einfach zu dem Knoten N, besuchen den entsprechenden Middle Try darunter, wirklich fahren alle Knoten darunter ab. Immer dann, wenn wir auf einen Knoten treffen, der tatsächlich mit dem Boolean-Fleck COMPLETE LIKE TRUE markiert ist, haben wir tatsächlich ein komplettes Wort in unserem Dictionary gefunden. und wir sind sicher, dass dieses Wort mit dem Präfix S beginnt. Okay, das wäre dann die zweite Phase, die wir noch durchzuführen haben. Wenn wir den Knoten N hier erstmal lokalisiert haben, dann noch einen vollständigen Traversal des entsprechenden Subtries hier unten irgendwie durchführen. Okay, das ist hier auf Folie 17 dargestellt. Alles klar, du gibst mir einen Try T in die Hand. Das ist jetzt nicht mehr der gesamte Try, das ist der Subtry, der unter unserem Knoten N hängt. Okay, durch den Präfix S hat mich durch die Navigation schon im Knoten N geführt. Was sich unter diesem Knoten N befindet, diesem Subtry, dort werden wir jetzt gleich hier mit der TST-Completions-Routine einsteigen, um alle validen Ergänzungen unseres Präfix S zu finden. Okay, hier in dem Pseudocode werde ich eine Liste benutzen, eine Liste CS, eine Liste CS, die ich zuerst noch auf leer setze. Aber hier ist meine Absicht, tatsächlich alle validen Completions von S aufzusammeln. Okay, sollte sich herausstellen, dass der Subtry T, auf dem wir gerade gucken, aber der leere Subtry ist, dann gibt es keine weiteren Completions aufzusammeln. Okay, wahrscheinlich haben uns bei der Navigation innerhalb unseres Subtries T schon irgendwie ganz richtig, ganz unten an die Front, an die Blätter des Baumes navigiert. Es gibt keine weiteren Navigationsmöglichkeiten mehr. Dann gibt es auch nichts weiter zu unserer Liste CS hinzuzufügen und die Routine hat ihren Job getan. Okay, ansonsten haben wir nicht leeren Subtry T für uns. Der trägt natürlich ein Key, ein weiteres Zeichen, das er irgendwie beitragen kann. Ein Zeichen, mit dem der Präfix S verlängert werden kann. Und genau diese Präfixverlängerung, die findet hier an der Stelle statt. Okay, bisher war mein alter Präfix S, ein bisschen mehr Fokus. Das ist das Zeichen, mit dem ich diesen Präfix verlängern darf. Das hier ist String-Konkatenation oder vielleicht die String-Join-Operation aus unserer C0-Library, die ich benutzen kann, um den Präfix S, um diese eine weitere Zeichen zu ergänzen. Mein neuer verlängerter Präfix hier ist jetzt das Wort Completion. Okay, ob es sich tatsächlich um eine valide, vollständige Completion handelt, das sagt mir das Buche-Flag-Complete. Ich gucke also in meinem aktuellen Knoten nach dem Complete-Flag. Sollte das tatsächlich auf True gesetzt sein, dann ist der String, den ich hier zusammengesetzt habe, aus dem Präfix S und dem aktuellen Zeichen des Knotens T, dann ist das tatsächlich ein komplettes Wort aus meinem Dictionary. Dann gehört es in die Liste der Completions. Und genau das mache ich hier an der Stelle auch. Das ist die Liste, die ein Element beinhaltet, und zwar genau das Wort Completion. Okay, ja, jetzt muss ich mich rekursiv weiter in den Subtry unterhalb meines Knotens T irgendwie bewegen. Und zwar in allen drei Subtrys finde ich potenziell Completions meines entsprechenden Strings S. Okay, darum Abstieg in den Left, in den Right und in den Middle Subtry hier aus der Routine TST Completions heraus. Eine dreifache Rekursion ausgelöst durch unsere ternäre Baumdatenstruktur, die wir bisher irgendwie aufgebaut haben. Okay, ja klar, im Middle Subtry, erinnert euch in die Semantik des Middle Subtry, der enthält tatsächlich alle Kompletierungen, alle weiteren Worte, die fortgesetzt werden, nachdem hier irgendwie dieses Zeichen in T, T irgendwie an den Präfix angehängt wurde. Okay, darum steige ich in den Middle Subtry tatsächlich mit dem verlängerten Präfix Completion ein. In den linken und den rechten Subtry steige ich mit dem Originalpräfix S ein. Okay, erinnert euch, im Left und Right Subtry finden sich alle Completions, die tatsächlich lexografisch kleiner bzw. größer sind, als die, die hier mit dem Key T gebildet werden konnten. Okay, darum muss ich hier weiterhin mit dem Originalpräfix S absteigen. Das ist so ein bisschen tricky an der Stelle. Okay, natürlich müssen wir alle drei Traversals durchführen, Rekursiven Traversals durchführen, um tatsächlich zu garantieren, dass wir alle möglichen Completions in unserem Teilbaum unterhalb von T finden. Was sich dann ergibt, die Completions, die hier gefunden werden, die hier gefunden werden und hier gefunden werden, alle tragen zu unserer Liste CS von Completions hier an der Stelle bei. Ihr seht hier das Pluszeichen, das mir an dieser Stelle Listenkonkatenationen wie darstellt. An die Liste CS werden diese, diese und diese Completions jeweils durch angehängt. Ich erreiche die Liste CS jeweils durch. Alles, was ich finden konnte, das bildet meine Gesamtliste von Completions CS, die ich hier an der Stelle zurückgebe. Zack, das sind die Ideen, die zweistufige Pseudocode-Implementation, die ich vorschlagen würde für die Implementation von Type Ahead innerhalb von C0. Und genau das findet sich eigentlich auch implementiert in unserem TST Playground. Dort habe ich mir eine Routine Completions geschrieben, die genau dieses zweistufige Vorbehen implementiert. Da gibt es mir einen TST T. Das ist in diesem Fall der TST, der das gesamte Dictionary darstellt. Innerhalb dieses Dictionaries möchte ich alle Worte finden, die mit Präfix S beginnen. Okay, zweistufiger Vorgang. Erstmal den Subtry identifizieren, der tatsächlich zu dem Präfix S gehört. Okay, das hier lokalisiert mit den Knoten N, um mit der Folie 16 zu sprechen. Okay, unterhalb dieses Knotens N werde ich dann tatsächlich einen rekursiven Baumtraversal, das ist das, was wir auf Folie 17 besprochen haben, durchführen. Natürlich in alle drei Teilbäume rein, um in einer Liste tatsächlich alle möglichen Completions aufzusammeln. Lass uns ganz kurz in die Try-Prefix-Routine reinschauen. Die tatsächlich an der Wurzel des TST einsteigt und von dort aus den String, den Präfix S sucht und natürlich mit dem Nullten, mit dem allerersten Zeichen von S beginnt. Okay, das ist ein Idiom, eine Implementationsidee für diese Routinen, die wir schon gesehen haben, als wir über Try-Search geredet haben. Nichts anderes passiert ja an der Stelle. Suchen wir doch bitte im Try-T diesen String S und zwar zu diesem Zeitpunkt das I-Zeichen aus meinem String S. Okay, sollte der Try schon leer sein, dann ist an der Stelle nichts weiter zu finden. Dann kann ich auch nicht weiter irgendwie mit String S navigieren, tiefer in den TST reinnavigieren, um den korrekten Sub-Try mit Wurzel N zu identifizieren. Funktioniert nicht. Oder ich habe meine Navigation vielleicht schon abgeschlossen. Wenn das I-Zeichen schon das letzte Zeichen in meinem Präfix String S ist, ja, dann ist meine Navigation an der Stelle komplett. Und der Knoten T, zu dem ich mich in der Navigation, in meiner recursiven Navigation schon bewegt habe, ist schon der gesuchte Knoten. Beendigung der Routine an der Stelle. Ansonsten besorge ich mir das I-Zeichen in meinem String S und werde dann genau nach der Semantik, genau nach der bekannten Semantik, die wir auch schon in Try-Search implementiert haben, meine Suche fortsetzen. Entweder das entsprechende Zeichen C in meinem String entspricht genau dem Key, dem Zeichen, den ich gerade in meinem aktuellen Knoten T gespeichert habe, dann ist es super. Dann kann ich meine Suche fortsetzen nach dem I-plus-ersten Zeichen im Middle-Trial. Ansonsten entherrscht offensichtlich Ungleichheit und dann werde ich entweder lexikografisch kleiner im linken Sub-Trial oder lexikografisch im größten Sub-Trial nachschauen. Dann aber natürlich nicht nach dem I-plus-ersten, sondern nur nach dem I-ten Zeichen. Okay, also das ist alles Logik und Überlegungen, die wir schon in Try-Search angestellt haben. Damit ist diese Routine Try-Prefix, die wir gerade beschreiben, eigentlich eine Variante, eine Abart unserer Try-Search-Routine. Nur, dass hier an der Stelle kein Boolean zurückgeliefert wird, sondern der Sub-Trial, der lokalisiert wird durch den Präfix S. Okay, genau diesen Sub-Trial, den stecke ich hier in meine Routine TST Completions, die ich übrigens mit einer leeren Liste von Completions aufrufe, die ich bisher schon eingesammelt habe. Diese Queue, die ich jetzt leer initialisiert übergebe, das ist die Queue, die die Rolle der Liste CS in meinem Pseudocode auf Folie 17 übernimmt. Okay, also hier ist die Routine TST Completions, hier seht ihr den entsprechenden dritten Parameter, die Queue und die Liste CS, in der ich gleich alle meine Completions aufsammeln werde. Das ist schon der richtige Sub-Trial, den ich annevigiert habe, in dem finde ich Vervollständigung des Präfixes S. Okay, sollte der Sub-Trial leer sein, dann sind alle Dinge, die ich bisher in meiner Queue aufgesammelt habe, tatsächlich die validen Completions. Und ja, tatsächlich gibt es dann zu CS nichts weiter hinzuzufügen. Ansonsten könnte ich meinen Präfix S durch das Zeichen, das aktuelle Key aus dem Knoten T tatsächlich verlängern. Das hier ist die String-Joint-Operation, der doppelte vertikale Bar-Operator, den ihr gerade auf Folie 17 gesehen habt. Also wird das Präfix S um ein einzelnes Zeichen an der Stelle verlängert. Sollte das schon ein komplettes Wort aus meinem Dictionary sein, ganz hervorragend, dann gehört es als komplette Completion, doppelmoppel, komplette Completion in die Liste CS aller Completions. Das Queue und Queue wird da an der Stelle Sorge tragen. Ich kann weitere Completions an der Stelle finden, entweder im Left, im Middle oder im Right Subtry und alle werden von meiner Traversal hier besucht. Ihr seht, wie ich die Liste CS oder die Queue CS hier jeweils durchreiche, sodass jeweils die entsprechenden Einfügungen, die dieses Traversal, dieses Traversal und dieses Traversal machen, jeweils alle beitragen können zu der Gesamt-Queue CS, die ich hier dann als entsprechendes Resultat zurückgebe. Okay, erst alle drei Traversal zusammen stellen mir sicher, dass ich tatsächlich alle möglichen Completions meines Strings CS an der Stelle finden kann. Wieder Achtung, wie wir es gerade schon auf der Folie 17 besprochen haben, hier reiche ich in die Rekursion tatsächlich die um ein Zeichen verlängerte Completion ein, die tatsächlich hier um das aktuelle Zeichen verlängert wurde. Genau das ist die Semantik meines Middle Subtry. So, das wäre meine Routine Completions. Ich denke, die müsste für sich alleine ohne den Rest des TST Playground drumherum schon für sich irgendwie anwendbar sein. Das könnten wir checken, indem wir einfach mal in die Rappel schalten. Komm, das machen wir mal. Wir gehen hier in die Coin-Rappel rein. Okay, rufen TST Playground auf. Alles klar. Ja, um jetzt Completions zu berechnen, bräuchte ich natürlich erstmal ein TST, aber wie ich da drankommen kann, das weiß ich. Ich würde mir einfach ein TST bauen, indem ich ihn aus einem File lese, genau wie wir das im Video 71 getan haben. Ich hatte ja schon so ein File mit Girl Names, das Girl Names Tiny File vorbereitet. Das kann ich hier an der Stelle gleich wieder zum Einsatz bringen. Also bau mir bitte einen TST, der genau aus 100 Mädchennamen besteht. Geht zusammen, da ist er, da ist er alloziiert worden für mich. Okay, jetzt müsste ich eigentlich mit meiner Completions Routine anrücken können, um in diesem TST von 100 gültigen Worten Ergänzungen meines Präfiges Adria, so wie wir ihn auch schon im letzten Video irgendwie angeschaut haben, zu suchen. Okay, ich suche jetzt also nach Strings, die tatsächlich das Wort Adria ergänzen können. Gültige Mädchennamen, die in meinem File Girl Names Tiny.txt zu finden waren. Completions wird mir eine Queue, eine Liste von möglichen gültigen Completions irgendwie zurückliefern. Das werde ich hier an der Stelle gleich mal in meiner Queue CS für Completions aufsammeln. Alles klar, da ist hier meine Queue. Ja, jetzt könnte ich in die Queue reinschauen, das mache ich mit Queue, Dequeue, um mir die ersten paar Elemente meiner Completions irgendwie anzuschauen. Ja, Adria ist offensichtlich eine Completion, die dort gefunden werden könnte. Adriani oder Adriane, Adriana kann gefunden werden und so weiter und so fort. Ich könnte jetzt hier meine Queue noch weiter mit weiteren Completions belasten. Und ich würde weitere Completions für meinen Präfix Adria finden. Alle Completions, die ich hier in meinem Girl Names Tiny.txt auffinden konnte. Alles klar, hervorragend. Also das scheint zu funktionieren. Super. Dann könnte ich das jetzt versuchen, tatsächlich in ein interaktives Programm, in ein interaktives Feature umzubauen. Das ist das allerletzte, was ich euch hier in diesem Video und damit auch in dem Chapter 11 irgendwie zeigen wollte. Lass uns mal kurz runter in die Main Routine scrollen. Hier ist die Main Routine. Okay. Und ihr seht schon, tatsächlich werde ich mich hier mit einem TST-From-File begnügen, um ein TST aufzubauen. Ich werde sogar das File Girl Names, nicht Girl Names Tiny, irgendwie anstrengen. Ich glaube, in Girl Names befinden sich noch eine ganze Menge mehr Namen. Lass uns das mal kurz zählen. In Girl Names.txt finden sich 4.275 Namen. Okay. Also das ist dann doch schon eine Completion mit einem substanziellen Body an Dictionary, an Worten, die tatsächlich ein Präfix irgendwie potenziell komplettieren könnten. Damit das irgendwie interaktiv flott funktioniert, muss schon die richtige Datenstruktur anrücken. Und meine Behauptung ist, die TSTs sind eine gute Datenstruktur dafür. Okay. Ich habe so ein interaktives UI-Feature, Curses-Based. Das habe ich implementiert und zwar hier in dieser Routine Type Completions. Lass uns da mal kurz drauf schauen. Natürlich wird der Kern von Type Completions die Routine Completions sein, wie wir sie gerade eben beschrieben und auch schon getestet haben. Lass uns mal kurz in Type Completions reinschauen, in die Struktur dieser Routine. Mal gucken. Jawohl, hier ist sie. Eigentlich ein kurzes Ding. Hier ist die Type Completions Routine. Das ist das Dictionary, das hier an der Stelle irgendwie zum Einsatz kommt. Okay. In der Type Completions Routine werde ich die Möglichkeit haben, einen String Zeichen für Zeichen einzugeben. Nach jedem einzelnen Zeichen, nach jedem einzelnen Zeichen, das ich eingegeben habe, kann sich die Menge der potenziellen Completions ändern. Okay. Das heißt, ich kann hier einfach nicht daherkommen und einen gesamten String vom Terminal einlesen und erst dann nach den Completions schauen. Das wäre zu spät. Nach jedem einzelnen Tastendruck, nach jedem einzelnen Tastendruck muss ich die Möglichkeit haben, den jetzt aktuellen Präfix festzustellen und dann meine Completions Routine aufzurufen, um die jetzt noch gültigen Completions irgendwie rauszusammeln. Okay. Innerhalb meiner Routine Type Completions mache ich genau das. Nach jedem einzelnen Tastendruck werden alle möglichen potenziellen Completions neu berechnet. Und wir sehen, dass das dank des TST trotzdem in interaktiver, flotter Zeit funktioniert. Der String S, der Präfix S, der bisher von meinem Benutzer so eingegeben wurde, den werde ich hier in meiner String-Variablen S aufsammeln. Okay. Das ist übrigens auch das Ergebnis, das ich nachher irgendwie zurückgeben würde. Aus dieser ganzen Type Completions Routine kommt der vom Benutzer eingegebene String S nachher zurück. Okay. Alles klar. Hier ist ein bisschen Curses Setup. Ja, irgendwie meinen Curses initialisieren, jegliche Ausgabe, die gleich auf dem Terminal passiert, die werde ich selber hier innerhalb meiner Routine kontrollieren. Ich brauche kein Echo, also das automatische Ausgeben eines eingegebenen Zeichens, das mir Curses normalerweise gibt, das werde ich hier an der Stelle abschalten. Ich selber werde dafür Sorge in meiner Routine tragen, dass die Zeichen, die eingegeben werden, tatsächlich auf dem Terminal sichtbar werden. Okay. Alles klar. Das Zeichen, das aktuelle Zeichen, das gerade eingegeben wurde, der ASCII-Code des gerade aktuellen Zeichens, der wird sich in der Variablen K befinden. K ist übrigens am Anfang initialisiert mit 0. Hier ist es. Sorry. Okay. Alles klar. Also im Zeichen, in der Variablen K, da wird sich das aktuell eingegebene Zeichen befinden. Okay. Sollte dieses Zeichen tatsächlich Enter sein, damit werde ich meine Ausgabe, meine Eingabe abschließen, ja, dann werde ich den entsprechenden While-Loop hier, der mir jetzt alle weiteren Zeichen, die eingegeben werden, aufsammelt. Den werde ich beenden. Alles, was bisher eingegeben wurde, hat sich schon in meinem Präfix S eingesammelt. Ich werde den While-Loop verlassen, hier in der Zeile 103, mein Curses aufräumen und genau den eingegebenen Präfix zurückgeben. Okay. Alles klar. Ansonsten, ja, wenn ich nicht das Zeichen Enter gelesen habe, werde ich, ich komme auf den oberen Teil hier gleich zurück, werde ich das nächste Zeichen einlesen mit der Get-Char-Routine, die ihr aus Curses jetzt schon könnt. Ich werde checken, ob dieses eingegebene Zeichen, ob das Backspace-Zeichen war, das mir erlaubt, das letzte eingegebene Zeichen zu löschen. Alles klar. Falls das so sein sollte, wird aus dem Präfix S, den ich bisher eingesammelt habe, das letzte Zeichen entfernt. Und, okay, sollte das nicht so sein, sollte ich ein Zeichen zwischen A und Z eingegeben haben, dann wurde offensichtlich ein neues, ein neues Zeichen zu meinem Präfix S hinzugefügt. Okay, und genau das werde ich an der Stelle machen. Das ist genau diese Zeile. Bisher habe ich schon den Präfix S angesammelt. Jetzt ist ein neues Zeichen mit ASCII-Code K hinzugekommen. Hier wandle ich den entsprechenden ASCII-Code in ein Zeichen um. Hier wandle ich dieses Zeichen in einen String um, der genau dieses eine Zeichen beinhaltet. Genau dieser String aus einem Zeichen wird an meinen Präfix S bisher wie dran konkateniert. Okay, also entweder Backspace, der String verkürzt sich, oder die Eingabe eines Zeichens zwischen A und Z, der entsprechende Präfix String S verlängert sich. S ist der jeweils aktuelle Präfix String, der bisher vom Benutzer eingegeben wurde. Okay, ja, mit diesem aktuellen Präfix S gucke ich in meinem TST nach, was sind die gültigen Completions. Genau diesen entsprechenden Aufruf hier, den haben wir gerade unsere Coin-Reppel durchgeführt. Ihr wisst, was sich in der QCS zu diesem Zeitpunkt findet. Die Liste aller gültigen Completions meines Strings S. Ja, die werde ich jetzt hier an der Stelle mal ausgeben. Ich werde mein entsprechendes Curses-Window löschen und werde dann hier in dieser Schleife die gesamte Q durchlaufen, bis ich sie denn tatsächlich vollständig durchlaufen habe und die möglichen Completions in dem unteren Teil meines Curses-Fensters hier einfach auflisten. Okay, hier mit C, W, Add String werde ich die entsprechenden Completions auf dem Terminal ausgeben. Übrigens werde ich nicht mehr Completions ausgeben, als mir die Höhe meines Terminals hier an der Stelle wie erlaubt. Ihr seht schon hier mein Terminal-Window, das ich hier gleich hier unten aufmachen kann, hier unten unterhalb meines Sublime Texts. Das wird eine beschränkte Höhe haben. Diese Abfrage hier an der Stelle wird mir sicherstellen, dass ich diese Höhe bei der Ausgabe nicht überschreite. Ich werde also nur so viele Completions anzeigen können, wie mir das Terminal-Window an der Stelle erlaubt. Okay, das ist die Ausgabe der Completions, Damit der Benutzer weiß, was denn zur Zeit als Präfix eingegeben wurde, werde ich in der obersten Zeile meines Curses-Terminals auch noch das aktuelle Präfix S ausgeben. Okay, damit bin ich mir immer im Klaren darüber, welchen Präfix ich schon eingegeben habe. Und zwar, damit sich mein eingegebener Präfix von den Completions, die mir zur Verfügung stehen, abhebt, werde ich hier noch mit Reverse On und Reverse Off arbeiten und damit mit Inverse Video den entsprechenden String, den ich selber eingegeben habe, visuell so ein bisschen hervorheben. Eine Menge Worte für eine Routine, die, wenn wir die gleichen Aktionen sehen, eigentlich was sehr, sehr, sehr Intuitives macht. Okay, dann lasst uns das doch versuchen, hier irgendwie nochmal durchzuführen. Habe ich hier unten schon entsprechend alles aktiviert in meinem Playground. Eins und zwei sind deaktiviert, Print-TST auch. Nur Type-Completions ist aktiviert. Sehr gut. Also einmal Kompilation des Ganzen, bitte. Einmal Kompilation von TST-Playground. Ja, das X hier nehme ich an der Stelle mal weg. Und vielleicht sollte ich auch noch das D wegnehmen, damit wir tatsächlich unsere interaktive Kompilations-Geschwindigkeit irgendwie tatsächlich sehen können und nicht irgendwie von irgendwelchen zeitaufwendigen Dynamic Checks irgendwie ausgebremst werden. So, das ist jetzt mein kompiliertes TST-Playground. Das kann ich jetzt zum Einsatz bringen. Die Completions, die ich jetzt irgendwie erhalte, die kommen aus dem Pfeil girlnames.text. Das sind ungefähr 4.275 Completions, die ich da einzugeben habe. TST-Playground. Okay, alles klar. So sieht es zurzeit aus. Zurzeit sind alle Worte, alle Worte aus meinem Dictionary mögliche potenzielle Completions des leeren Strings, den ich hier zurzeit eingegeben habe. Ihr seht oben, mir blinkt mein Cursor. Ich habe noch gar kein weiteres Zeichen eingegeben. Wenn ich jetzt hier das Zeichen A eingebe, okay, dann sehe ich hier zurzeit in Inverse Video, dass ich tatsächlich bisher den Präfix A spezifiziert habe. An der Liste der Completions scheint sich unten nichts verändert zu haben, aber in Wirklichkeit werden nur noch die Completions angezeigt, die mit A beginnen. Das sind immer noch mehr, als in das Terminal passen. Darum sehe ich hier an der Stelle irgendwie keine weitere Änderung. Aber wenn ich jetzt hier weitere Zeichen in meinen Präfix eingebe, das D hier zum Beispiel, dann sieht man jetzt hier schon, dass ich nur noch Completions finde, die tatsächlich auch mit A, D beginnen werden. Ich werde noch mal das A eingeben. Oh, das wird schon weniger. Alles klar. Wir nähern uns dem interessanten Bereich Adria, den wir schon so oft besucht haben. Wenn ich hier mit I und A weiter daherkomme, ja, dann sind das die entsprechenden Completions, die ich in meinem Dictionary finden kann. Wenn ich meinen Präfix wieder verkürze, dann suche ich in der Routine-Try-Prefix nicht mehr ganz zu tief in meinen TST hinein. Der entsprechende Subtry, den ich vor mir habe, der liegt höher innerhalb des TST und es finden sich in dem entsprechenden Subtry, der zu navigieren ist mit TST-Completions, mehr Strings, die passen. Was kann ich denn hier mit Layer anfangen? Okay, ja, es gibt tatsächlich den String Layer, den ich hier kompletieren könnte oder mit Y und wie ganz hin. Okay, ja, da findet man entsprechende Completions. Ihr seht, wie das Ganze irgendwie vor sich geht. Ja, okay, alles klar. Das ist Type Ahead implementiert auf der Basis von TSTs. Und ich denke, ihr könnt mir irgendwie zustimmen, dass das tatsächlich eine interaktive Geschwindigkeit zulässt hier. Das sind immerhin 4200 und plus Completions, die wirklich in interaktiver Zeit jeweils aus meinem TST herausgesammelt werden. Okay, sauber. So, das ist die Mission des Chapter 11, das ist das Ende des Chapter 11. Jetzt machen wir einen Deckel drauf. Das ist das Ende unserer Diskussion von Datenstrukturen, Containerdatenstrukturen und anderen Datenstrukturen hier in der Informatik 2. Das bedeutet nicht, dass das das Ende dieser Vorlesung ist. Ich hatte euch schon angekündigt, im Chapter 12, im letzten Chapter der Vorlesung, werden wir eine Brücke bauen von C0 zu C. Das wird ein Kapitel sein, das von einem Inhalt irgendwie ein bisschen anders schmeckt, als die letzten Kapitel, in denen wir uns vor allem Datenstrukturen und Algorithmen angeschaut haben. Trotzdem, glaube ich, ist es ein sehr, sehr relevantes Kapitel, um die Dinge, die ihr in den letzten Monaten gelernt habt, irgendwie zu nehmen, zu schultern und in die reale Welt da hinten rauszutragen. Ich freue mich drauf, wenn ich euch dabei als letzten Akt in dieser Vorlesung auch noch helfen kann. Wir sehen uns in Chapter 12 wieder. Macht's gut, haut rein, bis dahin. Tschö.